Umfang und Komplexität eines Themas führen oft zu einer wenig strukturierten Darstellung und stellen hohe Anforderungen an die kontextuelle Einbettung. Hä? Na, nix verstanden? Kein Wunder, denn dieser Satz eignet sich überhaupt nicht, um durch bloßes Zuhören verstanden zu werden. Nix verstehen liegt also hier nicht an dir oder am Hören, sondern es liegt am Text. Oft Texte für einen Film dürfen und müssen viel weniger komplex sein als wissenschaftliche Lesetexte, denn das Kurzzeitgedächtnis beim Zuhören ist begrenzt. Um dennoch alle Infos rüberzubringen, hilft eine gute Struktur. Einfache Sprache beinhaltet weniger Substantive und mehr Verben. Und wenn wir uns ein Bild von etwas machen können, wird es leichter verstehbar. Jetzt machen wir das doch mal mit unserem schlimmen Satz. Umfang und Komplexität eines Themas wird zu, hat man ein Thema, das riesig erscheint, führen oft zu einer wenig strukturierten Darstellung wird zu, ist es wie ein unordentlicher Haufen Kleidungsstücke und stellen hohe Anforderungen an die kontextuelle Einbettung wird zu, man kriegt es nicht gut geordnet und fragt sich, wohin man es einsortieren soll. Das ist jetzt nicht die haargenau exakte Information, aber beim Publikum entsteht eine konkrete Vorstellung davon, was gemeint ist. Und das jetzt noch gut sprechen. Dafür brauchst du nicht nur ein gutes Mikro, sondern auch eine ruhige Umgebung. Dann sitzt du da allein und brabbelst vor dich hin. Nein, stell dir ein riesen Publikum vor, das dir gespannt folgt. Dann stimmen Körperhaltung und Körperspannung und das Sprechtempo und die Artikulation sind angemessen. So erreichst du, dass das Publikum etwas versteht und auch versteht.